Moini, na? Gibt's ein Jingle? Guten Morgen! Äh, nee, wir haben keinen Jingle aus der Jinglebörse, aber, ja, leider, leider, aber ich habe mich mal eingegroovt. Okay, na, dann lass es mal hören. Traumhaft entspannt zum Loslassen und Rollhöhlen. Euer Huch! Nee, was ich sagen wollte, herzlich willkommen zum Podcasten, dem besten Podcast der besten Fachstelle für Suchsprävention im ganzen Saale-Kreis. Der einzige Fachstelle, der einzige Podcast im ganzen Saale-Kreis. Liebe Hörende, Sie befinden sich hoffentlich hier, weil Sie am Thema Suchtprävention interessiert sind. Denn um nichts anderes geht es uns, die freshe Botschaft eines gesunden, konsumbewussten Lifestyles in Zeiten von Social Distancing an MultiplikatorInnen aus dem pädagogischen Bereich heranzutragen. Also darum geht es vorrangig, der Fachkraft für Suchtprävention im Saale-Kreis, Frau Hammer. Hallo. Hallöchen, Frau Tiffi, das ist total schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben zur Folge drei, vier? Drei? Na, mehr als eins. Mehr als eins. Ja, genau. Worum es dir so genau eigentlich hier geht, ist mir teilweise immer noch schleierhaft, aber jemand beschrieb dich neulich als eine Art Retterin des durchschnittlichen, konsumgeneigten Menschen. Oh, wie romantisch. Das gefällt mir total gut. Und liebe Grüße an diesen schönen Menschen, wer auch immer. Werde ich ausrichten. Apropos schöne Menschen, also heute habe ich mal Nachschlag. Ich habe über eine Lehrkraft-Feedback zur letzten Folge Thema Alkohol bekommen. Okay, cool. Eine siebte Klasse wurde gezwungen, sich ausgerechnet mit diesem Thema und mit unserem Podcast dem Thema Podcasts zu nähern. Was, eine siebte Klasse? Stell dir vor, siebte Klasse, also quasi 13, maximal 14 Jahre alt. Aber gute Nachricht, keiner ist eingeschlafen. Bessere Nachricht fand ich, obwohl teilweise echt viel an Infos, fanden es die Kids vor allem interessant. Okay. Ja, zum Glück war die Folge jugendfrei. Ja, ja, wir haben uns bemüht. Natürlich konnten aber auch alle was Persönliches zum Thema beitragen. Das fand auch die Lehrerin ganz spannend. Und die Info über das nicht wirklich alkoholfreie, alkoholfreie Bier fanden die Kiddies am allerinteressantesten. Da gab es den größten Oh-Ho-Effekt. Oh-Ho. Aber, liebe PädagogInnen, dosiert es bitte sehr, sehr sorgsam, was ihr euren Kindern antut. Weil der Podcast ist ja immer noch für euch vorrangig. Genau. Genau. Gibt es bei dir noch irgendwas Nachschlagmäßiges, irgendwelche Reste von der letzten Folge? Ist dir noch was eingefallen? Ja, also ich habe durchweg positive Rückmeldungen bekommen, was mich wirklich hoch motiviert hat. Und ich bin auch heute total hoch motiviert, weitere Folgen zu planen. Ich bin jetzt gedanklich bei Folge 96. Ein Scherz. Was war ein Scherz? Okay. Sind wir noch beim Nachschlag? Ähm, ja. Ich hätte da tatsächlich, also wenn du jetzt nichts hast, noch zwei Fragen. Sehr gerne. Also die Frage, die mich persönlich am allermeisten interessiert, haben wir überhaupt nicht von gesprochen. Trinkt denn eigentlich unsere Fachkraft für Suchtprävention im Saale-Kreis? Trinkt was? Alkohol. Ach so. Weil sie trinkt schon viel natürlich. Was? Ja, nee, aber Alkohol, also ich brauche keinen Alkohol. In meinem Alter erreicht man den Effekt schon, wenn man zu schnell aufsteht früh. Sehr witzig. Das war wirklich sehr witzig. Sorry. Nee, so witzig wollte ich gar nicht sein heute. Eher gechillt ja heute. Also ich trinke Alkohol, um es ganz ehrlich zu sagen, allerdings tatsächlich sehr mäßig, äußerst selten zu Hause, also wenn dann nur, wenn ich unterwegs bin und bin rein rechnerisch an mindestens 25 Tagen im Monat alkoholfrei. Krass. Respekt. Okay. Danke. Danke auch. Frage 2. Eine Freundin von mir ist schwanger und hat sich bei mir ausgerechnet darüber gewundert, dass ihr Gün gesagt hat, kurz vor der Entbindung Gläschen Rotwein wäre doch förderlich. Und naja, sie meinte zwar, er ist Experte, aber ihr Bauchgefühl sagt ihr irgendwie, dass das nicht so gut zusammengeht. Willst du meine Meinung hören? Unbedingt. Okay, also ich würde dringend von jeglichem Alkohol während der Schwangerschaft abraten. Auch nicht das eine Gläschen Rotwein, auch nicht das eine Gläschen Sekt und vor der Entbindung auch nicht. Stell dir mal vor, mit jedem Schlückchen, was man Alkohol trinkt, schwimmt Embryo oder Fötus zehnmal so lange im Ethanol, wie die Mutter zum Abbau braucht. Also das ist wirklich eine Brühe aus. Und wenn man dann noch Rauch dazu oder irgendwas anderes konsumiert, das Fruchtwasser speichert quasi alle Substanzen und wir wissen ja, dass das Ungeborene sich davon ernährt. Im Übrigen am 9.9. jedes Jahr gibt es den Tag des alkoholgeschädigten Kindes und wir also Fachstellen für Suchtprävention und Suchtberatung werden in Merseburg ein Speakers Corner veranstalten an diesem Tag und laden alle jetzt schon mal herzlichst ein, sich zu diesem Thema zu äußern, also zum Thema Schwangerschaft und Alkohol. Auch Ärzte sind herzlich willkommen. Hm, das klingt spannend. Aber ernst ehrlich, irgendwie, ich habe noch gar keinen richtigen Bock, so thematisch ins Raffeln zu kommen. Okay. Ich meine, es sind ja jetzt auch Ferien und das Wetter ist so schön und alles ist so entspannt und alle sind irgendwie im Urlaub, außer du und ich. Ist bei dir in letzter Zeit überhaupt irgendwas Krasses passiert? Tatsächlich krass. Ich hatte Veranstaltungen. Nein. Analog. Reales Leben. Real life. Ja, ich war in einer Schule und habe dort mit jungen Menschen über das gesprochen, worüber ich immer spreche, nämlich Konsum. Suchtprävention. Konsum. Ach, guck an. Ja. Und hatte dort sehr offene TeilnehmerInnen und hatte im Nachgang noch ein Gespräch mit einem jungen Mann, den ich zu seinem Cannabiskonsum befragen wollte, weil der in der Veranstaltung sagte, er wäre heftiger Cannabiskonsument gewesen und hätte reduziert. Ich habe ihn gefragt, gab es einen Auslöser für die Veränderung und er hat gesagt, Freunde haben sich verändert und zwar sind Freunde komisch geworden, sind auch nicht mehr rausgegangen und haben komische Ansichten entwickelt. Das hat ihn genervt. Er hat selber bewusste Entscheidungen getroffen, zum Beispiel vor den Prüfungen weniger zu konsumieren und hat dann gesagt, er konsumiert jetzt nur noch nach der Reduktion drei bis vier Mal in der Woche. Er hat gesagt, es hat mit Cannabis angefangen. Dann gab es mal die ein oder andere Pille oder eine Lein, später auch Pilze und er hat gemerkt, die Konsummenge war für ihn nicht mehr tragbar und hat dann für sich selber gesagt, er will reduzieren. Ja, ich habe ihn gefragt, was sind die schönsten Eigenschaften für ihn von Cannabis? Er hat gesagt, das Gefühl verstanden zu werden, es diskutiert niemand rum und stellt niemand was in Zweifel. Ich wollte gerne wissen, was findet er als die mieseste Eigenschaft von Cannabis? Er meinte, man ist Dauerträger, hat gar keine Lust zu nichts und wenn Kiffen im Vordergrund steht, gehen Hobbys halt auch im Bach runter. Und was mich noch interessiert hat, wenn er Präventionsfachkraft wäre und er müsste was zu Cannabis sagen, was wäre seine Botschaft? Und er hat gesagt, nicht so früh einsteigen. Am Anfang merkt man das nicht so, wie das körperlich und psychisch verändert. Auf den Körper und das Gehirn aufpassen. Das war für mich tatsächlich das Highlight der letzten Woche. Ein junger Mann mit 17 Jahren, der so krasse Erkenntnisse zum Konsum hat. Guter Typ. Wenn das nicht mal wieder eine richtig geschmeidige Einleitung ins Thema der Woche ist. British Columbia, Brokkoli, Maui Waui, Ganja, Purple Haze, Wheat, Egg, Dope oder zu Deutsch einfach Gras, Marihuana, Cannabis oder noch allgemeiner Hanf. Zack, schon sind wir drin im Thema. Wie immer dramaturgisch extrem gut. Aber du glaubst nicht, wie blöd ich damals geguckt habe, als ich bei einer Bekannten zu Besuch war und die so ganz unverfänglich fragte, ob ich mal ihre Mary Jane Pflanzen auf dem Balkon sehen möchte. Ich kenne ja Mary Janes immer nur als Schuhe. Aha. Ich kenne Mary Jane als kleine Münchner Band. Sind allerdings seit dem letzten Jahr ein bisschen weggeschlafen. Ach, was ist das? Ja, hat halt jeder so seins. Aber echt mal Hanf. Es gibt doch kaum eine serviceorientiertere Pflanze. Ey, die kannst du nicht nur rauchen, essen oder die ins Gesicht schmieren, kannst du auch als Klamatte auf der Haut tragen. Das stimmt. Die ganze Seile wenden, Körbe flechten, Schmerzen lindern, Papier herstellen, Verbandsstoffe und Takellagen herstellen, insofern du sie brauchst, als Superfood verzehren, ich sage nur Vogelfutter, Autoindustrie und so weiter. Und trotzdem habe ich beim Gedanken da dran immer irgendwie nur Bob Marley vor mir. Auch ein guter Typ. Hallo, aufwachen. Also Bob Marley, da bin ich, das ist ja voll mein Thema. Ja, super Typ, Kultfigur. Kann man nichts gegen sagen. Also Bob Marley ist ja ein musikalischer Erfinder und eine Identifikationsfigur für die Rastafari-Bewegung. Und Fahrradexperte, wusste vielleicht niemand, Fußballfan, gut. Und offiziell siebenfacher Vater. Und interessant, beim Marihuana-Konsum ging es Bob Marley nie darum, sich einfach high zu rauchen und dicht in der Ecke zu sitzen. Er nutzte das Gras lieber, um zu meditieren und dabei über das Leben nachzudenken und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Das sollte mancher auch mal tun. Und dadurch von innen selbst zu heilen. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Und was ich sehr lustig finde, unter dem Markennamen Marley Naturell wird von Bob Marleys Familie mittlerweile eine Cannabis-Sorte vertrieben. Da habe ich sehr gelacht. Wobei ich jetzt das Interessanteste immer noch finde, Fahrradexperte. Also wirklich ganz, ganz toll. Zweiradmechaniker. Alter, guck an. Aber bevor wir jetzt hier übelst ins Kulturelle abdriften, wie wäre es denn vielleicht direkt mal mit so einem ganz relaxten Faktencheck? Okay. Wobei, also wenn wir jetzt wieder mit der Geschichte anfangen, lässt sich dann überhaupt sagen, seit wann Hanf von Menschen benutzt wird? Also die Pflanze als solche gibt es doch bestimmt mindestens so lange, wie die Menschheit existiert, oder? Ja, da sind wir wieder, wir erinnern uns an die Geschichten von Tabak und die Geschichten von Alkohol. Also es ist ja echt lang her, seit diese Sachen das erste Mal, oder die Substanz das erste Mal benamst wurden. Wir können unglaublich weit zurückschauen. Ich fange mal an und wenn dir langweilig wird, nimmst du halt den Maultrommel. Ich bin langweilig, ich bin jetzt schon quasi im zerebralen Rausch. Ja gut, dann kannst du ja ein bisschen mitplaudern, wenn du im zerebralen Rausch bist, bist du ja kreativ drauf. Okay, ich fange mal an. Die Gushi, also, ja, wir lachen nicht, ist eine chinesische Kultur, die 1000 Jahre vor Christus den Anbau von Cannabis schon betrieben haben. Einer der ältesten Funde von Cannabisblüten und Samen stammt von dort. Hanf oder auch Ma genannt, lieferte den Menschen Nahrung, war Heilmittel und die Fasern wurden verwendet, zum Beispiel auch zur Herstellung von Krügen und Gefäßen und war oft Grabbeigabe. Das wünscht sich bestimmt auch heute noch so mancher Käffer, hm? Möglich ist das. Ich habe gelesen. Mhm. Im ältesten Buch der Welt über Landwirtschaft und Heilpflanzen. Nicht die Bibel. Wir sind schon wieder in der Religion. Wir waren schon beim Alkohol-Religiös. Es ist mir nicht ganz geheuer, gebe ich gerne zu. Ja, ja, mir auch nicht. Wir wieder hinkommen immer. Sondern das Buch ist aus China und ca. 4.800 Jahre alt und enthält drei Bände. Der erste Band ist eine Abhandlung über 120 Pflanzen, die harmlose Medikamente sind, stimulierende Eigenschaften haben wie Ginseng, Orange, chinesischer Zimt und Cannabis. Edle Kräuter genannt. Okay. Und der zweite Band. Der zweite Band, das wird spooky. Ach, schon wird er Bibel. Nee, der zweite Band ist 120 therapeutischen Substanzen gewidmet, die zur Behandlung von Krankheiten bestimmt sind, jedoch toxisch oder potenziell toxische Eigenschaften haben. Zum Beispiel Ingwer und Jurke. Mhm, Ingwer, deg dich ein bisschen, Therapie. Ich habe es doch gewusst. Ja, es gibt Menschen, die trinken jeden Tag Ingwer oder essen jeden Tag Ingwer, um gesund zu bleiben, aber vielleicht ist das gar nicht der richtige Effekt. Na, egal. Okay, Band 3. Interessiert es dich noch? Ja, mal gucken, was da jetzt krasses kommt. 125 Einträge, die Substanzen entsprechen, die eine starke oder heftige Wirkung auf physiologische Funktionen haben und oft giftig sind. Hier genannt zum Beispiel Rhabarber. Ey, Kinnas, Hände weg von Rhabarber, ja? Ja, ehrlich, Rhabarber. Okay. Noch ein bisschen Geschichte. Kaiser Karl der Große, König des Fränkischen Reichs, vor 1200 Jahren, erwähnte in seiner Landesgüterverordnung auch den Hanf und in Folge wurde Hanf in vielen Regionen verpflichtend angebaut. Ach, guck an. Das ist eine andere Sicht als heute, oder? Ja, funktionierte offensichtlich auch eine Weile. Ja, und wahrscheinlich ganz gut. Also in China zählt Hanf bis heute neben Reis und Hirse zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Es gab und gibt weltweit Marihuana-Gesetze, also wir haben ja auch eins in Deutschland und wir diskutieren oder wundern uns ja auch gerade über die Gesetze in Amerika oder in den einzelnen Bundesländern. Cannabis war in Teilen Nordamerikas zum Beispiel Zahlungsmittel und man konnte Steuern damit begleichen und in China durfte zeitweise Hanf unter Strafe nicht exportiert werden, weil eben so ein wichtiges Produkt, das sollte im Land bleiben und Benjamin Franklin gründete eine Hanfpapierfabrik. Schlauer Mann, weil der Buchdruck konnte ohne die Briten stattfinden, Hanfpapier hält mehrere hundert Jahre, das hätte man mal Gutenberg erzählen sollen. Man erhält fünfmal mehr Papier von gleicher Anbaufläche verglichen mit Holz. Ja, wir sagen immer, jedes Blatt der arme Baum, wir drucken nichts mehr aus, aber hätten wir Papier aus Cannabis oder aus Hanffasern, könnten wir drucken wie verrückt. Und diverse andere Sachen, wie zum Beispiel bei der Herstellung von Hanfpapier fällt kein Abfall an, man hat keine Leimbindung, es ist pH-neutral und keine Bodenversäuerung findet statt. Ach, guck an, das klingt ja jetzt fast ein bisschen wie Werb-Bong. Werb-Bong, genau. Ja, das könnte man machen, also man könnte tatsächlich diese Pflanze bewerben, wenn das Leben und die Pflanze so einseitig wäre und es hätte etwas Wundervolles daraus werden können. Ja, ist es ja auch, also sagen manche, also einige. Naja, wie immer zum Teil, wäre es etwas Wundervolles geworden, wenn nicht Menschen ein noch optimierteres, besser verkäuflicheres, gewinnträchtigeres Produkt daraus entwickelt hätten. Hast du eigentlich schon mal gekifft? Ja, schon, aber mir bekommt das irgendwie nicht. Ich habe so niedrigen Blutdruck und ich glaube, das verträgt sich nicht. Okay, kennst du Leute, die Cannabis vertragen und konsumieren? Ja, beneidenswert viele. Okay, was beschreiben die denn so als Vorteile vom Kiffen? Also wir haben ja schon gesagt, dass jede Substanz, die man konsumiert, ja auch irgendwelche Vorteile haben muss, sonst würde man es ja nicht tun. Was beschreiben die so? Was sind die Schönseiten vom Kiffen? Vielleicht auch im Zusammenhang mit ihren Hanfseilen? Nee, das war ein Spaß. Oder ihrem Briefpapier aus Hanf? Nee, das war auch ein Spaß. Okay. Naja, also zum einen sagen die meisten halt, das ist so ein euphorisches Gefühl beim Rauchen. Also euphorisch, aber gleichzeitig auch so gelassen. Viele sagen, sie kriegen dadurch neue Ideen, Einsichten, Inspirationen, Gedankensprünge. Aber auch so absurde Gedankengänge werden irgendwie möglich. Und es wird auf jeden Fall lustiger. Vor allem, wenn man halt zu mehreren konsumiert und alle so auf demselben Level sind. Aber gut, das ist ja beim Trinken ähnlich. Also der Nichttrinker, der ist ja immer, der der Kind Spaß hat. Die Zeit vergeht langsam und wird so ein bisschen intensiver erlebt. Man langweilt sich nicht, man kann Musik anders hören, Sex intensiver erleben. Ja gut. Neulich wollte einer Therapeut werden von meinen Bekannten, weil er sich so gut in andere hineinversetzen konnte plötzlich. Da dachte ich schon, hat der wirklich nur geraucht oder war es Ecstasy? Aber dazu kommen wir ja dann später nochmal. Und obwohl ich weiß, aber auch beeinflusst durch dich, dass der Herzschlag sich dadurch theoretisch erhöht, fühlt man sich aber grundsätzlich einfach entspannt. Ja interessant, ne? Also so viele gute Eigenschaften, ja? Und das, also was du jetzt beschreibst, beschreiben so Jugendliche, mit denen ich in Veranstaltungen bin auch. Und die können ganz klar formulieren, was sind die tollen Eigenschaften von Cannabis? Das kann ich kurz abschweifen. Wohin? Zu Fred. Äh, kommt noch Besuch? Ne, heute nicht. Fred ist ein Programm für Jugendliche, die erstauffällig mit Substanzen geworden sind. Frühintervention für erstauffällige Drogenkonsumenten. Das ist ein bundesweites Programm und die Abo und die Drops in Halle und im Saale-Kreis bieten dieses Programm für Jugendliche an. Das funktioniert so, dass die Staatsanwaltschaft, wenn denn der Jugendliche durch die Polizei eine Anzeige erhalten hat, in den Kurs, den Kurs verpflichtend zuweist. Aber auch Schulen und Eltern können ihre Jugendlichen motivieren, in den Kurs zu gehen und Jugendliche selber können sich auch anmelden. Das ist ein Gruppenkurs und wir reden über die Vorteile und die Nachteile auch des Cannabiskonsums und in diesem geschützten Rahmen, also wir haben das schon mehrfach durchgeführt seit 2014, hören wir vieles, sowohl Positives als auch Negatives. Und jetzt haben wir über die positiven Seiten geredet und ich würde jetzt gerne mal auf die dunkle Seite schauen. Och nö. Wobei, auf der dunklen Seite der Macht gibt es wenigstens immer Kekse. Ja komm, schieß los. Cookies, oder was? Oh. Heute ist aber auch, ne, Wortspielkönig gesucht. Ach so. Also, wenn die Pflanze nur Susubi wäre, wären wir ja nicht hier. Dann würden wir sie ja hier nicht beplaudern, oder? Weiß man nicht so genau. Naja, also so, okay. Hat ja immer alles, mindestens zwei Seiten. Reden wir von den akuten Risiken. Akute Risiken? Das klingt ja kreuzgefährlich. Ja, das klingt gefährlich. Und danach können wir ja mal zusammen gucken und das mal abschätzen, ob es jetzt wirklich so kreuzgefährlich ist, Cannabis. Also, die meisten oder akuten oder unmittelbaren Risiken des Konsums von Cannabis sind in erster Linie psychischer Natur. Wir wissen, das ist bei fast allen Substanzen so, dass die Unvorhersehbarkeit der Wirkung zum Teil problematisch sein kann. Es kann quasi alles passieren. Du weißt nicht, wie die Substanz funktioniert in deinem Körper, kommt auf die Substanz selber an, Zusammensetzung, Sorte und auch auf das Setting und das Z, wie ich mich fühle und was um mich drumherum ist. Ich habe sechs Beispiele. Sechs? Mhm. Ich gebe dir eins. Ernsthaft, eins. Zwischen Fühlen, Denken, Gedächtnis, Wahrnehmung, Kommunikation und Körper erleben darf ich mir jetzt eins aussuchen. Ah, okay, zwei. Okay, zwei. Also, es geht um die Risiken, ja? Mhm. Okay, Risiko, Denken. Ich finde Denken wichtig. Denken ist von Vorteil manchmal, ja. Ja, ich finde ja, wir sind ja eine sehr denklastige Gesellschaft und deswegen finde ich ja Denken prinzipiell wichtig. Okay, wenn ich viel kiffe, kann es sein, dass aus meinen Gedankensprüngen, die wir ja vorhin als nett beschrieben haben, ein uferloses Durcheinander im Kopf passieren kann. Ich habe von Konsumenten gehört, die sagen, sie können gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Sie sagen, sie verlieren die Peilung oder steigern sich so in fixe Ideen hinein. Hier wieder ein Bekannter, der der Therapeut werden möchte. Also, das ist eins. Was nehme ich noch? Ich nehme Wahrnehmung. Wahrnehmung kann beeinträchtigt werden durch Konsum von Cannabis. Die Konsumenten neigen zu Überempfindlichkeit in der Wahrnehmung, also dass man gar nicht mal richtig einschätzen kann, wie hat denn der andere das jetzt gemeint, bis hin zu Halluzinationen. Okay, also quasi auf Deutsch alles, was so der Durchschnitt als positiv beschreibt und empfindet, das kann dann auch genauso ins Unangenehme abdriften. Genau. Aber so richtig krass, schlimme Langzeitwirkungen, da gibt es doch eigentlich, also da gibt es meines Wissens nach kaum Studien dazu und es ist ja auch auf pflanzlicher Basis und gibt es ja mittlerweile auch als Medikament. Und jetzt, komm. Bleib mal auf dem Teppich? Ja, auf dem Hanfteppich. Bleib mal auf dem Hanfteppich. Also, Langzeitwirkungen werden auch überall beschrieben. Also, wenn man sich das im Internet mal anschaut, tatsächlich sogar auf der Seite vom Hanfverband, da war ich ganz überrascht. Wir haben einige Langzeitwirkungen, die beschrieben werden, zum Beispiel Aufmerksamkeit, Konzentration und Lernfähigkeit. Das ist was, was ich wichtig finde für Lehrer, da mal auch genau drauf zu gucken. Wir reden von Lungenkrebsrisiko. Die meisten Kiffer konsumieren ja mit Tabak und dadurch erhöht sich natürlich das Lungenkrebsrisiko. Es gibt Risiken im Zusammenhang mit Schwangerschaft. Da wird immer noch heftig diskutiert, ob und wie die Wirkungen von Cannabis auf die Neugeborenen stattfinden. Und auch rund ums Hormon- und Immunsystem wird immer noch geforscht und diskutiert, ob es Langzeitwirkungen dort gibt in der Entwicklung von Hormonen und Immunsystemen. Also, ich finde das ziemlich spannend. Wir reden allerdings, das muss man sagen, von anderen Langzeitwirkungen als zum Beispiel bei Alkohol. Hm, okay. Ich bringe ja Cannabis eigentlich immer so mit so einem politischen Diskurs auch in Verbindung. Ja, immer. Also, ich finde auch. Viel mehr als bei Alkohol zum Beispiel. Es geht immer um Legalisierung, Illegalisierung, Regulierung. Und am Ende geht es inzwischen um Aktien, Märkte und Geld. Das finde ich ziemlich krass. Ich finde noch die psychischen Langzeitfolgen für Lehrerinnen und Innen und Eltern, darf ich das noch sagen, wichtig, ich habe echt noch eine Anmerkung. Okay. Na, bevor es dann wieder Nachschlag gibt, hau es gleich raus. Ja, genau. Wir reden auch über Abhängigkeit. Wir haben in den Suchtberatungsstellen abhängige CannabiskonsumentInnen und zum Teil inzwischen sehr jung. Bei dauerhaften Konsum und frühem Einstieg kann sich eine psychische und eine milde körperliche Abhängigkeit entwickeln. Ich möchte das als Fakt bitte mal hier reinstellen. Verbreitet ist die Annahme, dass Cannabis Psychosen auslösen kann? Die Forschung ist hierzu allerdings nicht ganz eindeutig. Ich habe nachgelesen in einem Positionspapier der Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Darf ich? Ich vermute, ich kann dich nicht davon abhalten. Also bitte. Ich will ja niemanden langweilen, aber ich fand das so wichtig. Weil die beschreiben tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Cannabis Abhängigkeit und psychischen Störungen und sagen sogar, dieser Zusammenhang wäre hoch. Und ich könnte jetzt ein paar Sachen aufzählen. Ich darf ja wieder bestimmt nicht alle. Es gab schon nach knapp über 30 Minuten langen Folgen Beschwerden, dass es zu lang ist. Ich bitte dich, ich mache das hier nur für die Fans. Okay, also ganz kurz Cannabis und Depression, Cannabis und Schizophrenie, Cannabis und Deentwicklung des körpereigenen Cannabinoid-Systems. Man kann das dann nachlesen, das steht beschrieben. Und ich finde aber noch schöner, kann man es nach sehen, in einem Video von Mai Thi Nguyen Kim, die diese ganzen vielen Videos zu allen möglichen Sachen gemacht hat. Ja, Mai Lab heißt das und die hat auch eins zu Cannabis gemacht. Und das findet man auf unserer Homepage und das ist sehr erhellend. Konsumiert eigentlich, um Mayans abzuschweifen, deine kleine Schwester Cannabis? Äh, huch, da hast du mich jetzt erwischt. Also darüber haben wir tatsächlich noch nicht geredet. Ich weiß allerdings, was man auch so hört, so über andere Eltern, dass diese ganze Peergroup da, diese 16-jährigen, ekelhaften, unreifen Menschen, da wohl nicht abgeneigt sind. Aber was und wie viel und ob sie, das war einfach noch nicht Thema. Nur ein kleiner Hinweis zum Beobachten deiner kleinen Schwester. Ein Rückzugssyndrom ist möglicherweise ein Symptom für Cannabiskonsum. Also wenn die Leute sich zurückziehen, Hobbys vernachlässigen, dies und das nicht mehr machen, einfach nur noch chillen. Kann sein, man könnte dann mal ins Gespräch kommen. Ach du Gott, auch noch mit der Clinch, was da reden. Na prima. So endgültig verwirrt bin ich jetzt auch irgendwie. Irgendwie, also viele nehmen es ganz unbedenklich, viele sehen keine Nachteile drin. Es ist eine sehr nette und nützliche Substanz. Andererseits ist sie gefährlich und sie ist auch verboten. Aber man kriegt sie gefühlt ja irgendwie doch an jeder Ecke. Mal Hand aufs Herz. Also bei all den Leuten, die ich so kenne, die kiffen, also auch aus den verschiedensten beruflichen Kontexten und Altersgruppen, da gibt es viele, die das wie ein Glas Rotwein am Abend genießen. Ich höre auch von Leuten, die noch viel jünger sind als ich, dass es ja salonfähig ist, weil Gras ist ja auch nicht mehr illegal. Also das bei sich zu haben und so sechs Gramm, das ist ja gar kein Problem. Wenn das Ganze denn nun aber kein Problem ist, für so viele Menschen, warum steht denn das Zeug nicht im Kräuterregal im Supermarkt oder vorne in Kassennähe weggeschlossen wie der teure Schnaps? Das ist eine mal wieder sehr, sehr gute Frage. Wir bewegen uns hier im Bereich Betäubungsmittelgesetz. Wir sind nicht mehr im Jugendschutzgesetz, leider, sondern im Betäubungsmittelgesetz. Der Besitz von Cannabis ist in Deutschland grundsätzlich noch illegal und damit strafbar. Egal, ob es nur ein paar Gramm sind. Also du darfst es nicht nehmen, nicht geben, nicht anbauen, nicht rumtragen, nicht verschenken, nicht dealen, haben, alles nicht. Darfst du alles nicht. Der Konsum ist in Deutschland nicht strafbar. Also du darfst very bekifft sein. Also wenn quasi aber jemand anders den Joint für mich hält. Ja, genau. Wenn jemand anders den Joint für dich hält und dir hinhält und du dran ziehst, hast du konsumiert und hast nicht besessen. Also du darfst auch nicht transportieren oder aufbewahren oder irgendwas. Genau, dann hast du nur konsumiert. Außer du bewegst dich im Straßenverkehr, dann wird es wieder problematisch. Aber wenn du hier vorne bekifft auf der Wiese sitzt, dann ist alles super. So, die Polizei geht allerdings, sollte sie dich testen davon aus, dass du irgendwas dabei gehabt haben musst, weil schwierig. Also dieses Prozedere ist ja schwierig. Das heißt, sie werden dich filzen und werden gucken, ob du irgendwelche Krümel in der Jackentasche hast oder so. Und dann gibt es ja immer diese Geschichte mit dem Eigenbedarf, dass man sagt, okay, ich habe ja nur bis zu sechs Gramm oder bis zu drei Gramm oder was gehabt. Ich habe ja Eigenbedarf. Eigenbedarf ist eine Lüge. Das ist wirklich ein Märchen. Es gibt keinen Eigenbedarf. Es gibt eine Bemessungsgrenze für die Staatsanwaltschaft. Und in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind es sechs Gramm. Das heißt, der Staatsanwalt wird dann anfangen zu agieren, wenn du noch unter sechs Gramm Besitz bist. Aber es ist immer strafbar. Es gibt immer eine Strafanzeige. Und der Staatsanwalt entscheidet dann, guckt sich deine Akte an, ob du schon mal sonst was Interessantes gemacht hast, ob er das Verfahren einstellt oder ob er dich zum Fredkurs schickt oder Kippen sammeln auf dem Schulhof. Aber es ist doch eigentlich genauso unlogisch wie Alkohol ab 16, Alkohol ab 18, wenn die Eltern dabei sind, Bier ab 14. Nur, dass das in anderen Gesetzbüchern steht. Wieso kann man denn das nicht einfach legalisieren und alles ist schick, weil wenn man sich die Nebenwirkungen anguckt, ist das jetzt für mich nicht nachvollziehbar. Nee, manche Gesetze sind tatsächlich so nicht nachvollziehbar. Also diese Debatte um Legalisierung und Illegalisierung, die wird ja weltweit betrieben. Also du weißt ja, dass verschiedene Bundesländer in Amerika verschiedene Regelungen haben. Man versucht zu, ja, wie auch immer zu regulieren. Das, was wir haben, ist ja auch eigentlich eine Regulierung. Das ist ja jetzt nicht, weil es ja nicht ausschließlich verboten ist. Es wird irgendwie versucht zu regulieren. Wenn man das gut machen würde, könnte man den Jugendschutz einbinden, mehr aufklären, mehr Präventionsfachkräfte losschicken und man hätte tatsächlich eine Altersbegrenzung, was man ja jetzt nicht hat. Also jetzt ist es irgendwie so ein wie ein schwarzes Loch. Also jeder macht, irgendwie wissen alle, ja, es ist ein bisschen wie illegal, aber trotzdem wird überhaupt nichts reguliert. Und das finde ich im Moment schädlicher, als wenn man es aus der Illegalisierung rausholen würde und regulieren würde. Das wäre der erste Schritt. Ich finde, Jugendliche kiffen, viele Jugendliche, mit denen ich spreche, kiffen fröhlich vor sich hin. Viele Eltern finden es nicht so schlimm. Viele LehrerInnen fühlen sich zum Teil überfordert wegen der Illegalität. Das sind die andere Seite und wissen nicht, hole ich jetzt die Polizei oder nicht. Ich finde, so aufklärende Materialien sind sehr textlastig. Und für die Kleinen ab Klasse 6, die neugierig sind und Fragen haben, weil ja die Kuhlen sind ja immer die Kiffer in der Schule, gibt es gar kein Material. Aber wenn das jetzt aktuell, zumindest auch in Deutschland, ja, also ich meine, die Praxis sieht anders aus als die Theorie und die Gesetzeslage und das sieht schon ganz lange so aus und eigentlich hat auch keiner so richtig ein riesiges Problem damit, ist jetzt wie immer meine Frage, müssen wir denn da wirklich immer noch drüber reden? Ja. Aha. Das überrascht mich nicht. Gut. Reden wir. Dann, wie immer die Frage, wenn ich denn jetzt ein Lehrkörper wäre, ab welcher Klassenstufe dürfte ich mich denn da mit den Klänen, mit den Kiddies oder mit den Halberwachsenen auseinandersetzen? Auch damit ich nicht von Eltern irgendwie belangt werden kann, so nach dem Motto Verführung und die Klänen auf irgendwelche Ideen bringen. Also meine Meinung ist wirklich meine Meinung, ich würde sagen, wir müssen ab Klasse 6 starten. Man sagt ja so, ja, also inzwischen 11, 12 ist die Lust am Entdecken ganz groß, das Einstiegsalter für viele Sachen und ich glaube, wir müssen ab Klasse 6 genauer hingucken und auch über Cannabis sprechen. Es geht um gute Entscheidungen. Es geht darum, welche Lebenssituationen kann ich haben und wo kann mir Cannabis begegnen. Das kann zu Hause sein, der die Liebste sein. Wir haben gehört von Stiefeltern, die zu Hause konsumieren und Kinder und Jugendliche in Kontakt kommen mit Cannabis. Und da gute Entscheidungen zu treffen und das mal durchzusprechen, das finde ich wichtig. Wenn sich hier überhaupt jemand methodisch oder so einbringen möchte, wir haben eine AG Cannabisprävention und beschäftigen uns gerade mit Präventionsmaterialien für Klasse 6 unter anderem. Wir haben eine super Homepage, da kann man gut drauf gucken. Da ist ganz viel Information schon für Konsumentinnen drin, für jugendliche Konsumentinnen. Und ansonsten würde ich ab Klasse 8 sagen, ist es wichtig, über Cannabis zu reden. Wir haben einen wirklich guten Parcours dazu. Es gibt eine tatsächlich nette Methode. Ah, Methode. Kann ich wieder spielen? Ja, wir spielen. Geil. Okay, kennst du schon hier? Das ist für mich die allerschönste Methode überhaupt. Okay, jetzt legst du dir irgendwelche Teppiche aus. Ich glaube, es kommt doch noch Besuch mit dreckigen, dreckigen Schuhen. Okay, also du siehst hier sechs kleine Fahnen oder auch Teppiche mit Elternpaaren. Ja. Okay, diese Methode ist aus dem Parcours Cannabis Quo Vadis von der Villa Schöpflin. Verwenden wir sehr gerne in der Prävention. Es geht um Reaktionen und dem Parcours unter anderem um Reaktionen von Eltern auf den Cannabiskonsum der eigenen Kinder. Frage. Wenn du als Jugendliche konsumiert hättest, Cannabis konsumiert hättest, welche Eltern wären deine Eltern gewesen? Wie hätten sie reagiert? Ist jetzt unter Umständen vielleicht ein bisschen Fahrt für die Hörenden. Darum lese ich einfach mal vor, was da zu den wirklich sehr drolligen Fotos dazu steht. Also auf dem ersten Plakat steht, es ist mir doch egal, dass du kiffst, mach doch, was du willst. Das zweite Elternteil sagt, ich habe Angst, dass du süchtig wirst. Wir gehen gleich zur Drogenberatungsstelle. Dann sagt deine Mutti, ich möchte nicht, dass du dich weiter mit diesen unmöglichen Freunden triffst. Das ist jetzt endgültig vorbei. Endgültig, genau. Endgültig. Verbote bringen. Ist auch egal. Dann geht es ein bisschen entspannter weiter. Interessierst du dich fürs Kiffen? Lass uns drüber reden. Dann, wenn du magst, können wir mal gemeinsam einen Joint rauchen. Und, solange du hier wohnst, will ich nicht hören, dass du dieses scheiß Zeug nimmst, sonst fliegst du raus. Okay, also wir haben sechs unterschiedliche Haltungen von Eltern und jetzt noch mal die Frage, danke, dass du uns das vorgestellt hast, welche wären deine Eltern gewesen im Zusammenhang mit Cannabis? Ganz klar, die, die mich rausgeworfen hätten. Die hätten es zwar nicht gemacht, aber die hätten es auf jeden Fall angedroht und da gab es null Gesprächsbereitschaft, null Toleranz für irgendwas. Ja, darum habe ich ja auch mich erst getraut zu rauchen, als ich dann schon über 16 war. Und das hätten die beim Alkohol auch gemacht, deine Eltern? Die hätten dir auch Rausschmiss angedroht? Beim Alkohol doch nicht, das ist doch Quatsch. Das ist doch, das ist doch normal. Saufen tut ja jeder. Komisch, ne? Also wir haben ja nun gerade erarbeitet, Ranking der Substanzen und Gefährlichkeit und so weiter. Also die Haltungen von Erwachsenen sind da auch sehr unterschiedlich. Krass. Im zweiten Schritt der Arbeit mit dieser Methode sollen die Jugendlichen sich mal dahin stellen, zu den Elternpaaren, die sie sich wünschen würden. Also wünsch dir Eltern von diesen sechs Möglichkeiten, die auf Cannabis nach deiner Meinung nach gut reagieren würden. Wo würdest du dich hinstellen? Also vielleicht noch am ehesten zu denen, die sagen, ob man sich dafür interessiert und ob man drüber reden möchte. Aber es kommt halt auch darauf an, wie jung das Kind ist. Also mit einem 13-, 14-Jährigen würde ich da vielleicht auch nochmal anders reden. Aber jetzt eine Verbote und wir gehen gleich zur Suchtberatungsstelle. Nur weil man irgendwie ahnt, dass das Kind sich dafür interessiert, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen krass. Okay. Interessant. Bei den Wunscheltern im Zusammenhang mit Cannabiskonsum stehen die meisten Jugendlichen bei Eltern mit Regeln und Gesprächsangeboten. Also ganz selten. Weil wir fragen immer, hättest du nicht lieber Eltern, die mitkiffen würden? Oder hättest du nicht lieber Eltern, die mit dir zur Suchtberatungsstelle gleich gehen oder so? Also es ist immer ganz oft der Wunsch nach Gespräch. Das finde ich sehr interessant. Und in Runde 3 geht es dann darum, wenn du selber mal Elternteil werden wirst, wie wirst du sein? Welche Haltung wirst du zum Cannabiskonsum deines eigenen Kindes einnehmen? Ey, das fliegt sofort raus. Also wenn es bis dahin nicht gelernt hat, wie die Regeln bei uns sind, ne? Sofort. Auf die Straße. Auf die Wiese, wo die anderen Kiffer sitzen. Wenn es regnet, nicht. Also wenn es regnet nicht, alles klar. Dann gibt es den Schirm. Okay. Also das ist die schöne Methode, die tatsächlich immer gut ankommt. Egal, wo ich die mithabe und wie ich mit den Jugendlichen arbeite, wie die vorher drauf waren. Diese Methode kommt immer gut an. Naja, ich denke mal auch, weil sich da so ein Stückchen, also wenn auch nicht die ganze Aussage, aber ein bisschen was findet sich ja da immer in den eigenen Eltern wieder. Und gibt es denn da, also gibt es bei dir noch mehr Methoden zum Thema eigentlich? Genau. Es gibt eine Menge andere Methoden noch und wir haben auch Methoden für jugendliche KonsumentInnen. Also nicht nur für die reine Prävention fangen gar nicht erst an, sondern wir haben auch Methoden für KonsumentInnen. Weil manchmal geht man so mit der Gießkanne über die Klassen drüber und dann ist erstmal Prävention für alle. Aber wir haben es ja hier mit Jugendlichen zu tun, viel mit Jugendlichen zu tun, die selber konsumieren. Wir haben nochmal eine gute Homepage mit auch Erkenntnissen oder Beschreibungen zu vielen Themen, die die Jugendlichen betreffen und wissen wollen. Liebe Hörende, das war nochmal Verbbong. Verbbong. Ich möchte dieses Wort in dem Zusammenhang kultivieren, bitte. Eintragen lassen, patentieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir sind ja jetzt schon gut dabei. Ich finde auch, die Folge war bisher fast gar nicht schlimm, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich mit der Substanz jetzt nicht so fest emotional verbandelt bin, auch wenn es eine faszinierende Substanz ist. War jetzt nicht schlimm für dich? Nö, es hat nicht wehgetan. Es hat mir jetzt keine Träume zerplatzen lassen oder so. Okay, und du bist ja auch noch wach irgendwie so. Ja, ja. Ja, gut. Ich muss ja gerade das hier vorlesen. Das war auch ein bisschen mit Concentration, ja. Ah, okay. Und trotzdem habe ich noch eine Frage. Okay. Die muss ja einfach kommen, quasi meine Lieblingsfrage, die gefährliche Frage der Woche. Mal gucken. Ich finde die gar nicht so gefährlich, aber bin immer noch ein bisschen verwirrt. Man kann doch mittlerweile überall so CBD-Schüssel kaufen, Cannabis-Lollis, die übrigens zum Kotzen schmecken. Was habe ich da verpasst? Jeder scheiß Instagramer, YouTuber macht Werbung für CBD-Öl hier vorne und hinten und da und bleh, what the fuck. Ist denn da nur medizinisches Cannabis drin oder was? Oder sind die alle illegal, die Menschen? Ja, aber dann dürften die damit ja kein Geld verdienen mit der Werbung. Ja. Ja. Erklär mir. Und wenn man Cannabis-Lollis mit sich rumträgt, ist man dann auch illegal. Ja, und dafür, dass es nicht mehr schmeckt. Genau. Okay, erklär mir mal. Also du musst prinzipiell unterscheiden zwischen drei verschiedenen Cannabis-Arten. Und zwar einerseits haben wir Cannabis für den Rausch, für den Konsumermarkt. Wir haben medizinisches Cannabis und wir haben Nutz- beziehungsweise Faser-Hanf. Und diese Art Hanf hat einen THC-Gehalt. Wir wissen ja, THC, Tetrahydrocannabinol. Darum geht es ja mit der ganzen Cannabis-Debatte. Darf in diesem Fall 0,2 Prozent nicht übersteigen. Also wie beim Sauerkraut? Wie beim Sauerkraut, was ja auch vor sich hin gärt, genau. Mal angenommen, du würdest Nutz-Hanf anbauen wollen, weil du hast einen Bauernhof und eine Bäckerei. Und dann muss also der THC-Gehalt deiner anzubauenden Pflanzen 0,2 Prozent maximal haben. Und die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wird vor jeder Ernte den THC-Gehalt prüfen. Du hast also permanent Besuch und kannst die Teppche ausrollen. Genau. Diese Pflanze dann verfügt aber eben nicht nur über Minimal-THC, sondern wichtig sind die anderen Cannabidiole und Cannabinoide. Was wir eben alle kennen und was du eben auch schon gesagt hast, ist ja dieses CBD, was ja jetzt wirklich very bekannt ist. Und wir haben ganz viel, wir haben Salami mit CBD. Es gibt Tee, es gibt Kräuterbutter und sonst irgendwas. Und die Lebensmittelindustrie hat sich tatsächlich auf dieses Produkt gehechtet und vermarktet und glaubt dadurch bessere Absätze zu haben oder denkt eben mit einem Handblatt drauf, verkauft sich es besser. Interessant, das war für mich in Vorbereitung der Veranstaltung hier interessant. Veranstaltung, Podcasten-Folge. Veranstaltung klingt aber auch ein bisschen wie anstrengend. Nee, gar nicht anstrengend. Im Gegenteil. Ist also für mich interessant, dass die Samen der Pflanze und die Wurzeln kein THC enthalten. Und in der Lebensmittelindustrie sind aber die Samen der begehrteste Teil. Die sind ein bisschen braun und schwarz-grau, manchmal auch grau-grün. Sie sehen ein bisschen aus wie Nüsschen und haben einen Durchmesser von drei bis vier Millimetern und haben so eine dünne, glasige Fruchtschale drumherum und sind mit Omega-3 und all diesen Sachen, die wir unbedingt alle brauchen, befüllt. Und daher, und das sagten wir ja im geschichtlichen Exkurs am Anfang schon, sehr spannend und auch sehr gesund. Ach, guck an. Mensch, na vielen Dank für die Erleuchtung. Ja, gerne. Jetzt ergibt das alles auch irgendwie Sinn und die sind doch alle nicht kriminell. Nee, doch nicht. Puh, das beruhigt mich ein bisschen. Ich fühle mich auch immer um so viel klüger, wenn wir mit einer Aufnahme durch sind. Es ist der Wahnsinn. Ich habe auch das Gefühl, wir könnten zum Thema noch eine zweite Folge machen. Ja, echt, wirklich. Also Cannabis, finde ich, ist ja ein unglaublich breites Thema. Da könnte man von allen möglichen Richtungen her gucken. Also wir haben das in der Forschung. Also es gibt Pharmaindustrie, forscht, überall liegt es unter dem Mikroskop. In Elternarten im Gespräch habe ich immer Cannabis als Thema dabei. In der Suchtberatung sowieso. Wir haben immer jünger werdende Konsumenten, die in der Suchtberatung ankommen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist Cannabis inzwischen ein Thema. Bei Ärzten. Ich habe in jeder Veranstaltung mit Erwachsenen zwischen jemandem, der Erfahrung selber oder in der Familie mit medizinischem Cannabis hat oder hatte. Und ich habe in jeder Veranstaltung ab Klasse 8 Kiffer sitzen. Und im Moment, jetzt kommt die Zahl, nicht viele Zahlen, ich bin ja nicht so Zahlenfan, ich liebe ja meine Diskalkulie, aber jetzt kommt doch noch mal eine Zahl. Also wir haben im Moment einen geschätzten Anteil an regelmäßigen Kiffern zwischen 12 und 17 Jahren von 10 bis 13 Prozent bundesweit. Als ich anfing, sagte die BZGA noch, wir haben einen prozentualen Anteil von 7 Prozent und wir sind inzwischen bei 10 bis 13. Aber so oder so, ich packe das ja mal so gerne so in so eine Schulklasse, damit man es plastisch hat, liebe Lehrkräfte. Also rein statistisch gesehen habt ihr auch mindestens ein bis zwei Kiffer in eurer Klasse, ne? Ab einem bestimmten Alter. Ja. Sollte man mal drauf rumdenken. Sollte man mal drauf rumdenken und wenn es da Fragen gibt, herfragen. Wie gesagt, die Fachstellen für Suchtprävention befragen. Mhm. Ja, sind wir dann eigentlich durch für heute oder hast du noch was für die Resterrampe? Resterrampe! Ja, 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 alles klar, hau raus. Zwei Sachen habe ich für die Resterrampe, wenn ich darf. Natürlich. Ich kann mich ja kaputt plaudern. Nein. Nein, zwei. Zwei, okay. Also, Resterrampe 1, liebe Eltern konsumierender Kinder oder liebe Eltern konsumierender Jugendlicher, die es ja tatsächlich gibt. Wir wollen eine Austauschgruppe in Merseburg installieren. Sollten Sie Interesse haben, dann schreiben Sie entweder mir oder der AWO Suchtberatung in Halle. Das war Resterrampe 1. Mhm. Resterrampe 2. Liebe LehrerInnen, wenn Sie an Ihrer Schule konsumierende SchülerInnen haben und Unterstützung brauchen, wenden Sie sich gern an die Fachstellen für Suchtprävention des Landes Sachsen-Anhalt allgemein. Hier sitzen die ExpertInnen mit Gesetzeslage, Methoden und Angeboten auch über den Krisenordner des Landes Sachsen-Anhalt hinaus. Tschüss. Ei, wunderbar. Dankeschön. Das kommt dann natürlich wie immer in die Shownotes, damit man es auch nachlesen kann und jetzt nicht mitschreiben musste. Sag mal, wann auch immer das sein wird, worum geht es denn beim nächsten Mal? Reden wir schon über die nächste Folge? Jawohl, natürlich. Oh, cool. Wir reden das nächste Mal über Stimulantien. Geil. Mhm. Ich habe das Gefühl, da muss ich mich vorbereiten. Ach, nee, muss ich nicht. Nö. Okay, cool. Nee. Fetzt mir. Sehr schön. Ähm, da freue ich mich drauf. Und, ähm, vorm Tschüss nochmal ein Jingle? Ähm, ich könnte nochmal. Oh ja. Mit demselben? Bisschen rummaulen. Bisschen rummaulen. Okay, ich maul nochmal. No woman, no cry. Tschüss. Tschüssi.